So lange ich ihn kenne, hatte er immer nur ein Ziel. Das halbe Universum auszulöschen. Wenn er alle Infinity-Steine hat, braucht er dafür nur noch mit den Fingern zu schnippen. Einfach so. Wie heißt der nochmal? Thanos. Wir haben einen Vorteil. Er kommt zu uns. Wir haben, was Thanos will. Und das nutzen wir. Reden wir kurz über deinen Plan. Können wir schon so machen, aber dann ist's halt kacke. Lieber mach ich den Plan, dann wird das auch was. Wow. Das Ende ist nah. Wenn ich fertig bin, wird noch die halbe Menschheit existieren. Endlich im Gleichgewicht, wie es sein sollte. Ich hoffe, sie erinnern sich an euch. Avengers Infinity War. Ich bin übrigens Peter. Dr. Strange. Oh, ihr benutzt eure Künstlernamen, dann bin ich Spider-Man. Wenn es ein hause, ist noch gehen. Schögeroo für боль Làm. Ab challengerer. Ich bin erinnern sich. Ich bin, lying. Er, dass du und жить ist. Und dass du dir bei villagers tweeted. Ich bin wiederum. Ich bin Thanks. Und das er ist schon.